Jetzt guckst du euch nochmal an und dann zelebrieren wir nochmal dieses Tor zusammen. Feuer frei! Hallo und ich! Friede! Friede! Da kommen sie! Heißt sie, herzlich willkommen! Applaus Tor! 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 Vielen Dank. 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 Thank you. 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 für den ganzen Aufer, der stattgefunden hat, die ihr da seid. Wow. Ja, ich möchte erst mal vielen, vielen Dank sagen. Vielen Dank erstmal an meine Familie, an meine Frau, die mich mein ganzes Leben unterstützt hat bisher her. War nicht immer einfach in Zeiten, aber sehr, 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 dass ich die schönen Zeiten echt überwiegt. Und dafür vielen, vielen Dank an meine Familie in Vordergrund. Vielen, vielen Dank an Dirk Neuward, an Elzerkanz, an Bosch Wittstorp, an den FC, die das heute hier mit alles auf die Beine gestellt haben. Das ist eine Riesen-Ehre für mich. Das ist Wahnsinn, die ganzen Sesseln, die ganzen Sesseln, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann natürlich auch, riesen Dank und die ganzen Jungs, die mich hier begleitet haben. Ihr seht ja hier die Jungs im Weiß und im Rot, die mich meine ganzen Fähren begleitet haben, beziehungsweise die ich jetzt kennenlernen durfte. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr alle herkommt. Seid das nicht selbstverständlich. Und ich hoffe, ihr habt jetzt gehabt mit mir. Und es geht immer weiter. Ich werde immer ein Grundmeister sein. Logischerweise, es wird sich nie ändern. Vielen, vielen Dank an euch alle. Hey! Jetzt ist es Zeit, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Dafür haben wir etwas mitgebracht. Ein Brett, ein Nagel und ein Hammer. Wir finden bestimmt noch jemanden, der mal hilft, den ordentlich einzunageln. Ich mache es besser nicht. Und bei der Gelegenheit dann auch noch... Wir haben den ersten Treffer in der Partie für die AFC All-Stars. Wir haben den ersten Treffer in der Partie für die AFC All-Stars. Wir haben den ersten Treffer in der Partie für die AFC All-Stars. Wir haben den ersten Treffer in der Partie für die AFC All-Stars. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Applaus 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 Goethe, Goethe, Goethe! Goethe, Goethe! Goethe! Markus, bei dir kann ich mich auch, dass du mich heute hier unterstützt hast, dass wir uns zusammenkommen. Und vielleicht bist du ja mal wieder zu Gast, vielleicht kommst du ja mal wieder vorbei. Wir würden uns freuen, dass du dich gleich auch noch mal zurückkommst.